Hallo und herzlich willkommen, äh, hier, bei Daylight. Ja, hi. Na, alle da? Hey, na? Na, was ist das, Mann? Eine sehr, eine sehr erfolgreiche Aufnahme. Ich glaub, ich hab aber noch nie so viel gelacht, wie in der letzten Aufnahme. Und dann muss fertig drücken. Er ist hier nicht bereit. Ja, Thomas. Ja, was ist da los? Was ist da los? Wer ist nicht bereit? Wer war das? No life, hey. Wer ist nicht bereit, Mann? Okay, Leute, jetzt oder nie, ja? Jetzt ist unsere Zeit gekommen. Was? Was war das? Was war das? Viertel Modus. Okay. Ab in den End, Titus, Mann. Was war das? War das Mama vom Fenster? Oder, nee, warum hast du grad gesagt? Hallo? Einfach, weil's hier noch so leer ist, äh, komplett der Raum irgendwie so. Hallo, 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 hallo. Vielleicht ist er ja gar nicht leer. Der Regal ist schon dabei, aber das Regal hier ist, das ist noch ziemlich leer. William, William Regal, kennst du? Ja, ich kenn William Chris Birne, ist ein Kumpel von mir. Ich kennst ihm Regal? William Chris Birne. Birne. Birne mit Ö. Birne Identity. Kennst du vielleicht? Hab ich schon mal gehört, ja. Ja, ist so ein schwedischer Film. Björn Identity. Das ist ganz cool eigentlich. Mhm. Okay. Boah. Okay. Wir, wir brauchen, wir brauchen einen Plan. Ich würd sagen, viel fleißen, viel in der Dunkelheit und wenn jemand am Haken hängt, nicht retten. Außer wenn ich es bin. Außer wenn ich es bin. Ja, das ist ja ein super Plan. Best Plan ever, kleiner Trump. Äh. Wir ziehen einfach ne Mauer um den Killer. Ja, das ist perfekt, Alter. Oder? Oder pass auf. Der Killer hat bestimmt keine Aufenthaltsgenehmigung. Wir verweisen ihn einfach des Grundstücks. Ja. Boah, ich verweist immer so. Dann bekrapschen wir ihn noch. Äh. Grab him by the pussy, ey. Ja. Ja. Grab him by the axe. Ja, außer wenn es der Kettensägen-Typ ist, dann will ich nicht. Äh, der will ja auch krapschen. Raus, Killer raus. Ja, Tobi, du willst sofort zugreifen, das weiß ich, ey. Ja, klar. Nougat. Nougat. Ich krieg jetzt mal ein Stück Nougat in den Arsch, ey. Boah. Ich bin erster, erster, erster. Die Nougat-Trompete. Ey. Okay, ist wieder der Fallentyp. Oh, nö. Boah, du. Mano. Achso. Hey. Na, was geht? Wir öffnen kleine Klappe. So. Du wolltest gerade hier runtergehen und das zuerst holen. Nee, gar nicht. Ja, klar. Hab ich gesehen. Du bist ausgesehen runtergefallen. Du bist ausgesehen runtergefallen. Hey. Hey, Curry, was geht? Alle gehen sich runter. Ist das heiß begehrt. Ja, klar. Ist der heiße Shit immer. Der Typ hängt bestimmt wieder am Bus rum, am Reisebus. Das ist so. Das ist der Typ, ist ein Flixbus übrigens. Oh, nein. Der ist schon hier. Oh, scheiße. Oh mein Gott. Das war keine gute Idee. Curry, wir sind in den Schrank gegangen. Hat's funktioniert. Ja, hier tot. Curry, ey, was machst du denn? Ich geh mal zum Tobi, wir sind jetzt Freunde. Direkt hinter dir einfach. Ey, Thomas. Lass den Curry in Ruhe. Als ob der mich gebrochen hat, weißt du. Fürs Team. Ja. 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 Keine Sorgen für nur hier. Ich hab Fleisch dabei. Boah, geil. Lass mal ein Zimmer bauen. Kommen Sie jetzt noch eine Falle hier hin. Da bist du hoch. 200 Kilo Gehaktes und erstmal schön tapizieren. Ist das schon wieder eine Falle? Ich stelle, aber ich gehe durch. Ja, ja. Gefließt, weißt du? Oh, mhm. Hack zwischen den Fließen, Alter. Das wird automatisch schön grau. Oh, boah. Ich hab so ein Pech. Ach, Curry hängt ja schon. Was ist denn los heute? Wollt er hängen? Oh, nein. Och, Mann. Oh, Taaah. Hat er eine Falle vor dir gestellt, Curry? Ja, ja. Alles. Alles tun wir nicht. Oh, schon wieder. Hey, Party! Das ist doch eine Falle! Ich hab keine Ahnung, ey. Weißt du was? Ich bin... Das ist aber... Hast du versucht, die Falle zu reparieren? Also zu entschärfen? Ich hab... Ich verplane hier ständig. Ich geh weg, ey. Ich geh weg. Der haut mich. Okay, jetzt ist die Falle immerhin weg. Okay, Tobi ist unterwegs. Hä, warum macht der Killer? Vorsicht, Killer kommt. Killer kommt. Warte, er stellt sie wieder hin. Jetzt stellt sie wieder hin. Tobi, jetzt kannst du mich holen. Okay, Tobi. Kann ich nicht, geht nicht. Doch, jetzt. Hey, hi, hey, hey. Oh mein Gott, tschüss Tobi. Warte, warte, warte. Hallo, hallo. Hallo, hallo. Hallo, hallo. Ah! Mobi! Hi, heil mich. Pack mir eine Gluten. Warte, 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 warte. Ich heile grad schon. Ich will dich nicht an den Gluten packen. Ey, komm, 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 komm. Oh, komm, 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 komm. Alter, komm, 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 komm. Alter, komm, 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 komm. Alter, komm, 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 komm. Okay, keine Sorge. Hast du einen Löffel dabei? Ne, der ist ja fester Lugat. Weiß, weißt du? Tobi steht auf weißes Lugat. Ist da eine Falle hin? Nein. Der macht gerade alles kaputt. Da kommt zu euch aus. Ich sehe schon. Jetzt legt er die Falle hin. Ey, doch nicht, er geht. Und hier. Hä? Was? Der geht doch da. Danke, Mann. Ist das Thomas? Thomas war noch nicht. Ne, haut ab. Ich versuche ihn abzulenken. Ich kann auch einmal gehittet werden. Oh, die Musik ist irgendwie anders. Ja, ne? Er läuft hinterher, er läuft hinterher. Er hat dich, er hat dich. Mehr hat er nicht. Weiß. Boah, Thomas, ey. Der hätte jetzt zuschlagen müssen eigentlich. Er geht außenrum, er geht außenrum. Er scheint mir der Killer zu sein. Der verfolgt dich immer noch. Der verfolgt dich immer noch. Ah, hat er mich. Jetzt hat er mich. Da hat er mich. Na, Hallermarsch. Wir haben vier Generatoren. Ihr müsst gerade welche machen. Ich mach gerade, ich mach gerade. Aber das war es mir wert. Endlich konnte ich wieder jemanden retten. Ich bin doch eh. Das war es mir einfach wert. Okay, da ist ein Haken. Weil ich nicht mehr wert bin. So, warte. Er macht natürlich, er macht hier wieder den Dingens hin. Vorsicht, Curry. Ja, ich versuch's mal. Und guckt jetzt. Dreht sich um und schaut. Und geht. Und guckt sich da um. Und geht zurück. Vorsicht, Curry. Ja. Er guckt jetzt nochmal rum und geht jetzt... Warte mal, ich leck ihn mal ein bisschen ab. Warte mal, ich leck ihn mal ab. Er holt noch ne Falle, die Sau. Okay. Warte, er kommt wieder zurück. Er kommt wieder zurück. Mit ner neuen Falle. Wie es aussieht. Hat er keine Hobbys? Vorsicht, er kommt da raus. What the fuck? Ohohohohoho. Oh mein Gott. Alter. Okay, er kommt wieder. Er kommt wieder. Sag mal, der latscht hier die ganze Zeit rum. Was ist das für ein Spacken? Oh oh. Oh mein Gott, lauf doch nicht in die Richtung. Ah. Oh nein. Ah fuck. Oh. Er hat dieses Blutending. Ich muss mal kurz kämpfen. Das gibt's doch nicht. Warum sind die denn alle so wahnsinnig heute? Was ist denn los mit euch? Ich hab auch keine Ahnung. Die Killer sind alle verrückt. Wir müssen was anderes spielen. Ja, ist echt so. Für Lappen wie uns ist das kein Spiel mehr. Das ist Krieg, Leute. Krieg. Seitdem Trump gewählt wurde, ist das Krieg. Wir werden die Kiki aber gewinnen. Wir kommen hier raus, Leute. Oh. Hey, Karina. Geh weg. Wir müssen den Ehring retten, Mann. Oh mein Gott. Karina ist doch sehr klar. Der geht den Ehring retten, der verfolgt mich. Ich schau euch von den Sternen zu. Jetzt. Sehr gut. Nicht im Kreis laufen. Alter, ich krieg Muskeln im Zeigefinger vom Leertaste drücken. Das ist mein tägliches Workout. Warte, warte, warte. Überleben, überleben, überleben. Low-Carb-Essen dazu. Und dann immer täglich die Leertaste drücken. Und das war's. Nein! Workout beendet. Das ist doch scheiße. Scheiße, ey. Tut mir leid. Der ist aber, glaub ich, in eine Falle gelaufen. Ich würd gern aus dem Himmel zugucken, aber ich komm 100 pro in die Hölle. Gibt zwei Generatoren noch. Ich bin am Bluten. Also ich bin am Arsch. Ich bin richtig am Arsch. Am Arsch am Bluten, oder? Ja, beides. Heute verlier ich alle Punkte, die ich hatte. Alle. Ist vorbei. Meine ganze Reputation, weltweit, die ich hatte als Set by Daylight Spieler, ist jetzt einfach verpufft. Schade. Ja, ES-Aliance ist Legende geworden. Okay, wo seid ihr? Was macht ihr gerade? Nein! Oh Gott, oh. Das ist doch grad ins Haus zu kommen. Das cool ist, ich kann die ganzen spannenden Momente jetzt sehen und kann mich selber entspannen. Voll geil. Tobi, kein Problem. Aber weißt du, wieso ich das immer mach, ey? Das verstehe ich jetzt. Oh, Alter. Ja, alles klar. Tobi, das war gewitzt. Wart sich's los wie Tchikowski. Ey. Der kommt doch hin. Okay, Tobi, lauf nicht in Richtung gelben Bus, bitte. Da mach ich grad den Generatoren. Wo ist der gelbe Bus? Ja. Ist voll gepisst? Tobi, bitte tu mir dieses... Das ist der Klee. Einmal diesen Gefallen, bitte. Klar, klapp ich da, Bus. Oh fuck, ich bin so tot. Lauf nicht zum Bus. Weiter gar nicht. Na, super. Hast du gut aufs Maul gehauen. Boah, als Kinder würd's mich so abfacken, wenn vor mir jemand rumläuft und die ganze Zeit wartet, bis er seine Bretter schmeißt. Das würd ich so hassen. Aber deswegen ist es gut, dass Tobi das macht gerade. Konto. Ich hab den Generator jetzt. Super. Zack. Na doi, der Wichskrüppel kommt zu mir. Warte doch nicht immer, Tobi. Doch, klar. Irgendwann geht's doch schief. Ja, aber dann sind wir doch vielleicht fertig schon. Ich muss Risiko gehen, Mann. Na gut, Tobi, du machst das gut. Du machst das gut. Props nach Darmstadt, Alter. Oh, ich hab die Klappe gefunden. Wo denn? Bei einem Aufgang. Ist der bei dir? Weiß ich nicht. Ich hab Herzklopfen. Du kannst aber den Tobi gleich mal heilen, wenn's ein bisschen safer ist. Nee, ich hab Herzklopfen, ich hab Herzklopfen. Oh, Alter, die Falle. Ich dachte grad, das wäre eine Falle. Wo ist der? Wo ist der? Ich hab ihn gesehen, da hinten irgendwo ist er. Hallo? Keine Ahnung, wo er hinrennt. Boah, Alter, Tobi. Das kann doch nicht sein. Das läuft gut. Alter, wie machst du das nur? Tobi, mach weiter so, bitte. Du bist eine Zauberin. Mach mich stolz. Ich bin leider von der Schöne Fee. Und das stimmt. Wo ist er? Meine Maus fahr selbstständlich, dauernd. Oh, der sieht mich nicht. Geil. Also, er ist nicht mehr hinter mir her. Ihr müsst aufpassen. Er sieht mich leider nicht. Han, bist du da in dem Generator? Pass auf. Ja, 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 okay, okay. Wie weit bist du? Oh mein. Du kannst zu mir kommen wegen heilen und so. Ne, 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 mach mal. Oh, ey, 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 ey. Achso. Vorsicht, 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 Vorsicht. Oh, oh. Wie tut der das? Ich hab keine Ahnung. Also, der kommt zu dir, Pan. Ich weiß nicht genau, ob ich dich hör, Tobi. Aus, auf die Entfernung. Kann sein, ne? Der läuft hier, läuft ja alles ab. Pan ist halt hinter dir her. Ja? Ja, 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 ja. Versuch ihn irgendwie abzuschütteln. Okay. Tobi, mach mal den Generator da drin. Äh, bin schon dabei. Ich hab keinen Herztopfen mehr. Ich hab keinen Herztopfen mehr. Ich auch nicht. Die haben alle schon. Vorsicht, Tobi. Tobi? Oh, 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 Tobi, Vorsicht! Alter, ich guck immer in die falsche Richtung. Tobi, ist die da? Der ist gerade am Fenster. Der steht gerade genau am Fenster. Tobi, 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 Tobi. Alter! Wer ist denn? Nein! Alter, du kannst dich nicht drauf! Was? Wie ist das möglich? Weiß es nicht. Alter, du bist der David Copperfield von Dead by Daylight. Das gibt's doch nicht. Tobi! Tobi! Du hast eine Glücksfee! David Copperfield von Dead by Daylight Okay, wir müssen hier in das Haus, da ist ein Generator fast fertig Das, das, was ich hier grad sehe, ist Magie, Freunde, das ist nichts anderes, das ist einfach Spielmagie Nein! Oh mein Gott, Tobi! Was denn? Oh, Vorsicht, der Killer kommt durchs Fenster Ich weiß nicht, ob er mir nachkommt Ich glaub, er läuft irgendwo raus gerade Der findet mich nicht so ziemlich geil, weil der will auch hinterher rennen Ja, ich glaube auch Du versprühst einfach diese David Copperfield-Pheromone Boah, ich bin in dem Moment genau in den Schrank gestiegen Alter, der muss dich doch langsam hassen, Tobi! Der muss dich doch hassen! Ich glaub auch Der baut sich zu Hause so'n Altar mit deinem Gesicht drauf und verprügelt den jeden Abend Macht ihr den Generator manchmal fertig? Ja, Alter, kein Problem! Ja, Tobi! Mach gar nichts, wie die ganzen Zeit dem Killer wegrennen! Okay, weck ist, weck, weck ist die Bahn durchs Fenster Oh, was auch, dass hier nicht andersrum läuft. Ah ne, da kommt er, 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 komm, 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 wir haben's, wir haben's, wir haben's, Tobi. Sehr gut. Oh, oh mein Gott. Alter, der Killer muss sich so abfacken, der muss sich so abfacken gerade. Warst du zwar am Haken, Tobi, einmal? Weiß ich nicht, warte mal. Nein! Alter, der hat nicht getroffen. Was? Wie ist das möglich? Ich weiß es nicht. Da ist, was ist es? Tobi, was machst du da? Ich weiß es nicht. Du zerstörst das Internet. Bevor wird der schon wieder... Ja, Mann. Wie hat er ihn noch nicht getroffen? Oh nein, oh nein, jetzt, jetzt ist die Magie vorbei. Oh, Alter, was war das denn für ein Run? Ich hab noch ein paar Karten im Ärmel, warte ich, komm. Was war das denn für ein Run, Tobi? Das hab ich noch nie gesehen. Ich weiß es selbst nicht. Boah. Du hast weitere heute, ey, ich weiß keine Ahnung mehr. Und der schnitzt die ganze Zeit in der Luft rum. Ein Regenbogen ist auf, ich versuche den anderen noch aufzumachen. Willst du den Tobi plennen, oder soll ich auch? Biss die Lupe auf. Oh, ich muss jetzt. Lupe ist in der Nähe vom Regenbogen. Curry! Go, 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 Tobi, komm, komm, Tobi. Boah, geil, geil. Alter, Curry, mega. Der Killer muss euch beide jetzt so hassen. Tobi vor allen Dingen so abgrundtief. Nein, 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 bitte, bitte, lebt. Nein, ich hab's denn nicht. Nein, Tobi. Okay, ich geh nicht ohne Körper. Es ist zu mir leid, dass ich das sagen muss, aber Tobi muss heute echt überleben. Was, bist du tot, wenn du jetzt an Haken kommst? Scheiße. Nein. Doch. Nein. 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 Das Einzige, was diese Folge jetzt noch toppen kann, ist, dass Jesus aufersteht oder irgendwas passiert in der Richtung. Tobi, wo bist du denn? Es ist doch der scheiß Ausgang. Hä? Beide sind offen. Beide sind offen. Okay, da ist er, da ist er, Tobi. Okay, ich muss gehen, ich muss gehen, ich muss gehen, Entschuldigung. Tobi, geht ins Licht, Tobi. Warte, da ist der Killer, ne? Vorsicht, ich geh noch nicht ins Licht. Jaja, er ist in einem Ausgang, da wo Currygarde hangen. Okay. Alter, ey, was passiert hier? Ich bin nur Zuschauer und finde das Spiel so geil gerade, dass ich, weil ich nicht selber mitspielen muss. Okay, warte, warte, oh Gott. Trennen. 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 Jetzt, 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 jetzt. Jawoll. Ja! Tobi! Ja! Tobi! Hammerrunde! Alter! Super! Curry, ey. Was für ein Magier heute. 13 Bonus, 31. Mh! Curry hat sich geopfert, ey. Dafür krieg ich einen Nougat verlieren. Geil! Curry, never forget. Trennen. 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 Boah, ich werd nur noch, ich bin jetzt nur noch Zuschauer, das ist viel spannender. Und Kommentator bitte. Ja, das ist viel geiler so. Weiter geht die wilde Scheiße jetzt hier. Komm, noch ne Runde, komm. Warte, noch eine Runde. Boah. Noch eine Runde! Nee! Ah, kommt noch ne Runde, kommt noch ne Runde. Pandoria, Sie sind dabei! Ja! Wow! Danke! D-di-di-di-di-di-di-di-di-di. Zack bumm, da sind wir wieder bei einer Feinfall! Was kann das wohl kosten? So, bin ich jetzt fertig oder nicht? Hör ich Beersort? Bin ich fertig? Jetzt bin ich fertig. Oh, karenacktos. Boah, Alter! Hä? Wie soll ich nach diesem Nervenspiel jetzt verspielen? Der ist irgendwie schon wieder Buggy. Thomas, du musst noch mal drücken, es ist Buggy da, du wär. Ja, ich weiß, ich weiß, ja. Ah, merkwürdig. Das ist merkwürdig, meine Damen und Herren. Ich hab keine Ahnung, was los ist. Tomat! Tomat! Pan-Pan-Pan! 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 Alter Schwede! Tobi, wie kannst du jetzt sofort noch weiterspielen? Ja, wir sollten für den Tobi eigentlich so eine Statue bauen. Ja, find ich auch. Irgendwie so ein Denkmal errichten, das ist einfach... Ich bin jetzt gerade fast 10 Minuten vor diesem scheiß Keller weggerannt. Ich glaub, der hasst mich wirklich. Der, der, der muss sich so... Der ist auch direkt abgehauen. Der muss irgendwie... Drei Generationen deiner Ahnen muss er noch verachten. Jetzt gibt's vielleicht so eine Steam-Nachricht. I got you, mate. I hate you and all of your ancestors. I will travel back in time. Ja, Tobi, mach das mal immer so. Ja, klar. Wir machen einfach die Generatoren und Tobi rennt die ganze Zeit mit dem Kinder heim. Ja, natürlich, klar. Das sah auch sehr entspannt aus, auf jeden Fall. Das war wie ein Spaziergang. Was denn? Ich mein, man kann sich doch mal opfern da, oder nicht? Ich hab ein Kabel verfangen. Hä, was? Meine schlammerndste Hose hat sich... Ich mein, ich bin natürlich hier grad in voller Montur. Hat sich grad hier in meinen Einhorn-Pantoffeln verfangen. Ach so, bei mir ist es umgekehrt. Mein Kabel verfängt sich in meiner Hose. Ich muss einmal meine geilen Pantoffeln zeigen. Was? 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 Ja, hier auf meinem Kanal sieht man grad meine tollen Einhorn-Pantoffeln. Geil! Ey, das sind meine Einhorn-Pantoffeln. Du hast die Zombie-Pantoffeln. Ich weiß! Das ist das... Ich hab auch ein Einhorn-Pantoffeln hier. Wir haben uns... Wir haben uns Einhorn-Pantoffeln für Paaren gekauft und Zombie-Pantoffeln für mich. Und von der Größe her... Von das Größe her... Hä? Was ist das? Was? Was ist das da unten für ein Zeichen um mich herum? Wes? Ich hab keins. Ich hab da so Spinnenbeine um meine Figur. Hä? Was heißt das? Hentai-Porn. Was? Es ist mein Knall! Oh Gott! Nein! Oh nein! Oh mein Gott! Okay, Leute. Hiermit ist die Folge zu Ende. Ciao! Ja! Wer hatte die Idee von noch einer Runde? Ja, Toll-Pant. Ah! Er kommt! Er kommt! Er ist da! Wir waren alle euphorisiert. Oh nein, ich will das nicht. Ich will mich jetzt... Tobi, Entschuldigung! Tobi, Entschuldigung! Tobi, Entschuldigung! Tobi, Entschuldigung! Tobi, Entschuldigung! Aber warum hab ich so ein Spinnenbein? Fuck! Was heißt das? Nein! Was heißt denn Spinnenbein? Entschuldigung! Was heißt denn Spinnenbein? Ich hab keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, was das heißt. Vielleicht hat er den grad gestalkt, irgendwie. Tobi? Und deswegen? Oder so? Wie sieht's aus, Tobi? Weiß ich noch nicht. Du bist da echt rausgekommen? Ja! Er ist weg! Oh! Oh mein Gott! Ich scheiße! Oh! Boah! Der steht ja immer einfach so! Oh Gott! Oh! Ne auf jeden Fall! Die Einhornpantoffeln sind hinten offen! Und die Zombiepantoffeln sind halt so geschlossen! Und äh! Ich find geschlossene besser! Ja ne, die halten wärmer! Ja ne, die halten wärmer! Aber die haben ja nicht gepasst! Deswegen nimmt er jetzt die offenen! Die Einhornpantoffeln und ich die Zombiepantoffeln! Hier vorne hing schon! So! Oh! Der kommt wohl jetzt zu mir! Wie der hier steht! Generator war sehr gut! Wie der hier steht! Wie der hier steht! Aber das darf doch nicht wahr sein! Kommt der? Haut er jetzt ab? Geht er jetzt? Ja, er guckt mich nur an, aber er lädt grad sein diabolisches Zeug da aus! Ah! Das hasse ich immer! Soll ich versuchen zu entkommen oder soll ich... Nein, 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 nein! Ich bin hinter dir direkt! Sobald der weg ist, komme ich! Ich find's blöd, dass man das an, an Opfern, die hängen, aufladen kann! Ja, das stimmt! Das ist so ein bisschen over, find ich! Ey, du Arsch! Krass! Aber ich hab gar keine Musik von dem Aufladen! Ey, du Arsch! Ey, du Arsch! Das ist, glaub ich, an der dritten Stufe, oder? Hm? Ja, wie sollen wir dich denn jetzt holen, Pan? Das ist doch unmöglich! Soll ich Fluchtvorsuch machen? So, wir müssen irgendwie beide gleich das sein! Ich versuch ihn mal abzulenken, ein bisschen! Hey! War der... Gar nicht auffällig, so weiß! Das bockt ihr doch überhaupt gar nicht! Oh, Micha! Geh! Weg! Okay, ist ein Camper! Ja, der kommt doch nicht! Nein, äh, der muss das... Also, der macht das, um das auf... Wie rennt ihr um mir raus? Ich würd, als ich manchmal jetzt wahrscheinlich auch campen! Das ist da eigentlich... Ey, du Arsch! Wer? So Vorteil! Ja, so Vorteil ist das aber nicht! Ich mach jetzt grad Generatoren hierbei! Wollt ihr nicht lieber Generatoren? Ja, mach das doch! Jetzt wird er aufgeladen! Oh, fuck! Das ist doch scheiße! Egal, wir müssen... Nicht aufgehen, Pan! Egal, egal! Ich kann dich nicht... Guck mal, mein Urinal! Ey, ich muss den gerade beim Sterben zugucken! Das ist doch... Was machen wir denn jetzt? Curry, es tut so weh! Au! Uuuh! 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 Wollte ich grad wegnehmen! Toll Curry! Toll Curry! Das war doch aber scheiße! Toll Curry, willst du mich verarschen probieren, Mann? Das ist doch scheiße, Mann! Ich saß doch selbst da, Mann! Richtig! Ja, was willst du denn dann jetzt? No Spock! Steckschraube, ey! Oh, okay! Und wieder, aber der steht auf einmal immer hinter einem! Das ist so ne... Das ist echt crazy, das stimmt! Ich guck mal, welches Level er hat! Hey, I just met you! Über welchen langer Rang 17! Er hat, äh... Das Perk, das Beste kommt zum Schluss! Mhm! Oh, stinkt ein bisschen, sorry! Da hast du mal wieder einen Feuchten abgelassen, Tobi, ne? Na klar, das ist ein Luger-Tschuss! Boah, geil, sowieso! Das Beste kommt zum Schluss! Seltener Perk! Du suchst einen Überlebendenheim! Und solange deine Besessenheit anbaut, ist die Abgelungszeit erfolgt bloß ab! Angriffe um 14% verringert! Warum kommt das hier? Oh, er kommt! Das ist der Micha! Das ist der Micha! Das ist der Micha! Micha! Du, 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 du! Und der macht das! Du, 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 du! Okay, ich mach den Generator weiter, ich hab ihn jetzt! Geh weg, Tobi! Geh weg, Tobi! Der kommt, der kommt, der kommt! Pass auf! Sehr gut! Sehr, sehr gut! Okay, okay! Okay, erst mal im Haus, oder was? Lauf, lauf! Ja, ja, ja! Okay! Lauf, 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 lauf! Oh, Tobi! Oh nein, Tobi! Oh, Tobi! Der weiß, wo ich bin! Oh nein, Tobi! Der weiß, wo ich bin! Oh, das gibt's doch nicht! Tobi, du kannst es doch schaffen! Tobi, ich werde da in das Haus gehen und dich retten! Wenn es das Letzte ist, weil ich tue! Der Tobi hat immer Glück, ne? Nein! Ah, fuck! Tobi dazu! Heute nicht! Woher wusste der denn, dass ich in die Ecke sitze, Alter? Krass! Ey, wenn der jetzt kämmt, dann rast du dir auf! War ich von diesem Perk? Was macht der denn? Was macht der? Das kann sein! Der steht aber wahrscheinlich einfach nicht! Naja, der käme nicht mal fluchten! Du bist doch ne Assisau, Alter! Scheiße! Steht hinten in der Ecke und lädt auf! Och Mann, ey! Ja, ist doch Asyl! Ach, der geizt ja mal da auf! So einer ist das doch! Der geht weg! Warte mal, er geht nach oben! Was? Doch nicht! Na, er steht da auf der Treppe! Er guckt, ob einer kommt! Ja, ist immer beim Killer ein bisschen problematisch, ob er nach oben lebt! Ey, Körima! Ja? Kommst du rüber, oder was? Mach das zu Ende einfach! Ja, ich glaube, da muss ich immer eh einer Opfern! Ja, Scheiße! Ja, Tober hat mir leid! Mein Name ist Peter Oberen! Und das ist der Mission Song Contest! Hier ist die Klappe! Ey, geil! Ich geh mich nach oben, damit du durch kannst! Wie lädt? Pass auf, er kommt jetzt vielleicht nach oben, weil ich bin jetzt zufrieden! Okay, warte, hast du's? Wie lange bleibst du? Er kommt da oben! Er kommt da oben! Vorsicht! Wie lange musst du noch machen? Ich brauche noch, ja, so'n Achtel irgendwie! Macht's kurz ruhig! Der ist da fertig! Der ist da fertig! Der ist da fertig! Curry würde ich schon mal zum Ausgang schicken eigentlich! Ja, jetzt kann ich schon auf dem Ausgang, ja! Ja, aber... Ich war grad schon da! Ich war auch erst da! Noch raus? Okay, jetzt wird's lustig! Ja! Jagger-Jä-Jä-Jä-Jä-Jä-Jä-Jä-Jä-Jä-Jä-Jä-Jä-Jä-Jä-Jä-Jä-JJä-Jä-Jä! Okay, wir müssen nach hinten schauen, wenn der Evo kommt eigentlich krass aus! Ja, da vorne schon? Ein, der traue ich mal! Ganz vorne ne nach vorne! Waaah! Okay! Er hat verfehlt! Er hat verfehlt! Sagt er dir her? Ja, er hat wieder verfehlt! Ich mach auf, ich mach die Tür weiter auf und Regenbogen-Curry. Regenbogen ist offen. Ich hab's, ich hab's, ja! Ich muss, ich muss! Komm schon, komm schon, komm schon! Ja! Ja! Nice one! Okay. Komm, wie traurig ich jetzt! Oh, der Arme. Das war gut abgesprochen. Das war schön, ja. Das war sehr gut. Wollt ihr nochmal oder wollt ihr die nächste Folge? Ich will, äh, nochmal. Lass uns erst mal ganz kurz durch, durchatmen. Ja, lass uns. Die Pan ist heute on, zack ist sie. Die Pan ist heute on point, Alter. Boah. Ich hab Schmiede, ich hab Schmiede die Punktetafel von der letzten Runde mit 13 Bonus 31. Ich auch. Ich hab, ich weiß nicht, was da los ist, aber egal. Ah, okay. Also auf jeden Fall alles gefixt, gar kein Problem, das Spiel ist alle bar frei. Ich kann doch nicht chatten. Hm? Ich kann doch nicht chatten, da. Kannste nicht chatten? Nee, chatten geht's nicht chatten. Ey, Curry! Ja? Curry, hörst du gerade auch der Weg des Lichts bei dir bei den täglichen Ritualen? Öffne viermal erfolgreiche Ausgangstore mit Dwight Fairfield? Nee, hab ich nicht. Das sagen sie bei der Kirche aber. Weg des Lichts! Wähle den Weg des Lichts! Wähle den Weg des Lichts! Öffne viermal das Tor mit Dwight Fairfield! Boah, zu der Andacht würde ich gehen! Steht so Michael Myers davor, oder wo? Da kann man die Kirche nicht betreten, oder? Ach, weiß ich nicht. Ja, oder? Ich will nicht meine Freunde töten, Mann. Hm? Ich bin aus Versehen gerade irgendwo anders drauf gekommen. Ach so, ach so, na klar. Töte deine Freunde eigenes Spiel. Ja, äh, ja, wie sieht's aus? Ja, sag Bescheid! Bescheid! Ganz gut, Mann. Michael Myers ist jetzt Level 3. Hm? Hä? Ist das dein Ernst, Tobi? Was denn? Levelst du Michael Myers? Warum levelst du den? Nee, das war ein Scherz, Mann. Nee, das ist kein Scherz, der Lü. Das war kein Scherz. Natürlich war das dein Scherz. Nee, ich hab doch vorhin auch den gleichen Scherz gemacht, dass auch... Ja, Level... Ja... Komm, Tobi. Sollen wir noch ne Runde, oder? Sollen wir nächste Folge? Hm? Weil wir die 25 Minuten haben. Ja, das löscht. Vielleicht nächste Folge? Mach so Spaß, ey. Und was, 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 was? Ja, mach mal ne echte Folge. Letzte Folge, weil die letzte Folge war ja länger und jetzt hat man ja... Ja, vor allem in der letzten Folge hast du ja den fetten Move da rausgehauen, oder? Das war ne, das ist ganz ehrlich. Äh? Ja, stimmt! Ah, er war ja der Zauberer. Klar, ey! Fein ist dir gar noch so ein bisschen die Ausnahme wegen... Tobi? Von den zwei Toppeln nahmen. Ey, Karina. Respekt an dich. Ey, du hast dich geopfert. Doppelnugat ist dir sicher, Tobi. Ey, ich hab schon Nougat gegessen, ach. Ja, ich kriegste noch einen. Okay. Schön. Kein Problem. Weiß ich nicht mehr aus der Kamera raus. Was macht ihr denn da gerade wieder? Ich zieh dich raus, Tobi. Was macht ihr denn da gerade wieder? Folgenende. Tschau, komm. Jetzt, Folgenende? Ich schau Laya-Feuer. Hab ich voll verschlafen, okay. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich würde sagen... Oh, mach doch nix. Was, nochmal? Macht nix, macht nix. Achso, ja, dann ist ja auch egal. Okay, dann vielen Dank fürs Zuschauen, bis zur nächsten Folge. Ciao mit Frau Trips. Ich bin immer noch da. Jetzt bin ich fertig. Tschau. Tschau.